Heute reden wir mal über KAPA Management. KAPA steht für Corrective Action and Preventive Action. Warum muss darüber geredet werden? Weil in der Medizintechnik Produktion oder Industrie es immer wieder zu Ausfällen kommt. Zu Fehlern, Compliance-Fehler oder Werkstücke, Produkte werden nicht richtig ausgeliefert und dann muss man einen KAPA starten. Muss man das wirklich? Nicht immer. Ein großes Problem ist, dass viele Firmen sofort KAPAs starten, obwohl das eventuell gar nicht notwendig ist. KAPA ist sehr gut beschrieben in 13485 in der Norm.